Liebe Abonnenten, wo fange ich jetzt mal an? Ja, ihr wisst ja, ich bin Schauspieler und Moderator und normalerweise kehre ich nicht so viel Privates nach außen, aber das hier ist ja YouTube und ja, es ist, ich finde es etwas verloren gegangen auf YouTube und zwar das, was damals YouTube so ausgemacht hat, dass man halt hier gar nicht so professionell sein muss unbedingt, so mit super geilen Effekten und blie und bla, aber heutzutage wird das tatsächlich auch oft gefordert. Ja, bei mir wird sich das allerdings ins Gegenteil verkehren. Ich denke, ich werde wieder ein bisschen mehr back to the roots gehen und zwar versuche ich dieses ganze Video gerade mal ohne einen Jumpcut hinzukriegen. Mal gucken, ich werde einfach nur reden und ja, entweder ihr hört zu oder schaltet ab, aber ich werde auch so ein bisschen, ja, ein paar private Sachen vielleicht loswerden, ein paar Sachen, die gerade in meinem Leben los sind und ich finde, dafür ist ja YouTube einfach die richtige Plattform. Also, es war schon immer nicht so meine Devise hier auf YouTube, die geilsten Effekte zu machen und so. Man sieht es ja beim Doktesser, ich finde, Doktesser ist noch das gute alte YouTube mit so wenig Effekten wie möglich, trotzdem eine geile Geschichte zu erzählen. Am 12.12. geht es ja weiter mit dem Staffelfinale. Die erste Staffel geht zu Ende vom Doktesser. Ich habe die ganze Serie ja, also die ganze erste Staffel ja quasi komplett geschrieben und endlich bin ich auch fertig geworden mit der ersten Staffel. Die zweite Staffel ist noch nicht, existiert noch nicht in meinem Kopf, also ein ganz kleiner Hauch einer Storyline, aber mehr noch nicht, deswegen mal gucken. Aber lasst euch erstmal überraschen, wie die erste Staffel endet. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf eure Meinung. Genau so am 12.12. ist es auch so, um 20.35 Uhr läuft auf Kika die Folge leider lustig, in der ich mitspiele. Ich spiele leider diesmal nur in einer Folge mit, aber dafür mit dem Spongebob-Schwammkopf-Sprecher und ihr seht, was wir für einen Spaß hatten. Und gleich danach, 21 Uhr, wird dann die neue Doktesser-Folge online sein. Und da kommen wir nun schon zu dem Ding, warum ich eigentlich hier dieses Video mache. Und zwar, der Algorithmus ist total kaputt gegangen. Das ist mir eigentlich egal. Es gibt trotzdem noch treue Zuschauer, die auf Doktesser leben. Also an Doktesser sieht man es nämlich ganz genau, weil die erste Folge hat nämlich noch 76.000 Klicks. Und ich wette, durch meinen zerstörten Algorithmus haben viele gar nicht mitbekommen, dass es nach der ersten Folge überhaupt zu einer Serie kam. So, wenn man das sieht. So, die sechste Folge, die hat ganz wenig Klicks bekommen, weil der Algorithmus leider kaputt ist. Wir YouTuber werden ja gezwungen, ständig Content zu bringen. Lasse ich mich nicht zwingen. Also, bedingt. Ich mache jetzt tatsächlich einmal die Woche ein Video, wie schon immer. Aber ich lasse mich nicht zu mehr zwingen. Wenn ich Lust habe, werde ich das machen. Und darüber, genau darüber will ich nämlich mit euch reden. Ich, wie gesagt, ich bin hauptberuflich Schauspieler, Moderator und habe halt das Problem, dass ich so unglaublich gar keine Zeit habe. Ich spiele zum Beispiel 2018 durch das ganze Jahr zum Beispiel wieder ein Musical, muss hier viel Text auswendig lernen und selbst wenn ich zu Hause bin, habe ich keine Zeit, aufwendig Videos zu schneiden, sondern muss hier zu Hause sitzen und Texte auswendig lernen und Songs und so. Was das für ein Musical ist und so, werde ich euch demnächst in einer News-Folge mal genau erklären und überhaupt, was ich so alles gerade mache, wo ich zu sehen bin, im Fernsehen oder in so Promotion-Videos und was ich halt immer so drehe. Das kommt ja hier immer ein bisschen kurz. Es sei denn, ich mache Musical-Aufführungen. Das habt ihr ja immer begleitet, konntet ihr begleiten. Habe ich ja immer so Vlogs drüber gemacht. Aber selbst meine News-Videos, ich, News-Videos bitte, ich habe ja jetzt dieses Green-Screen-Studio, in dem ich diese News mache mit dieser selbstgemalten Wand, haben ja vielleicht einige gesehen, ist natürlich ein Haufen Schnittarbeit. Also es kann sein, bitte verzeiht mir das, könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet. Es kann sein, dass ich die News-Videos wieder eher so wie das Video hier mache. So einfach vor der Kamera sitze und reden, weil das macht wirklich die wenigste Arbeit. Keine Effekte, blie und bla. Sagt mal, was ihr davon haltet, ob ihr das trotzdem weiterhin gucken würdet oder ob ihr das lieber so weitersehen wollt wie bisher. Vielleicht, wenn ich mal Lust habe oder Zeit habe, dann mache ich das auch ein bisschen schöner und so. Aber in Zukunft wird es wahrscheinlich weniger, weil ich halt momentan, Gott sei Dank, gute Jobs bekomme, die mir wenig Freizeit bescheren. Und das Thema Musical bringt mich auf das Thema Musical Company. Viele Leute haben ja gesagt, oder haben ja mein letztes Musical Company Video gesehen, in dem ich mich verabschiedet habe von der Musical Company und so, weil ich nach Berlin ziehe und so. Und ich möchte jetzt einfach einmal klarstellen, weil mich ganz, ganz viele Leute immer darauf ansprechen, was ist denn mit Berlin? Du bist ja gar nicht in Berlin und du bist ja noch in einer Musical Company und so. So, ich möchte das einmal ganz kurz klarstellen. Im Laufe der Zeit können sich natürlich Meinungen ändern und es kann sich auch noch plötzlich irgendwas ergeben, wo alle Pläne über den Haufen geschmissen werden. Und das war tatsächlich der Fall. Also ich habe tatsächlich aufgehört, in der Musical Company mitzuspielen. Das hat zum einen die Gründe, die Musical Company ist ein Verein. Man darf sich nicht persönlich bereichern. Und dafür ist mir die Probezeit, weil wir proben sehr oft in der Woche, einfach zu kostbar. Und ich möchte stattdessen halt in Musicals mitspielen, wo die Probenzeit ganz wenig ist, aber sogar die Probenzeit auch bezahlt wird und so. Wisst ihr, damit lässt sich dann halt leichter leben und auch mehr machen. Weißt du, weil weniger Probezeit kann man wieder mehr drehen oder irgendwas anderes machen in der Zeit. Und deswegen bleibe ich der Musical Company treu. Ich bleibe in diesem Verein. Ich habe gerade meine Mitgliedsbeiträge für 2018 überwiesen und werde euch auch noch bei Instagram auf dem Laufenden halten, zum Beispiel, wenn ich so da bin und so. Und, ach ja, auf Instagram haben ja viele schon auch gesehen, welches Musical das ist, in dem ich jetzt mitspiele. Es ist ein Kindermusical und jeder kennt, kennt das, glaube ich. Jeder kennt die Geschichten. Mal gucken. Ihr könnt es ja ruhig verraten in den Kommentaren, wenn ihr das auf Instagram schon gesehen habt. Ansonsten folgt mir einfach auf Instagram. Da seid ihr immer als erstes informiert, wenn irgendwas ist. So, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau, Musical Company. Bleibe ich auf jeden Fall in dem Verein und deswegen bleibe ich auch wahrscheinlich erst mal in Hamburg wohnen. Ja, ich bleibe hier wohnen und erst mal zumindest, es sei denn, es ergibt sich wieder was ganz anderes, das heißt, ich werde jetzt erst mal nicht nach Berlin ziehen, ich werde aber trotzdem viel in Berlin arbeiten und ich werde bestimmt trotzdem öfter mal zu Marty fahren oder zu Lara oder mit denen einfach was drehen und so. Das auf jeden Fall. Aber ich kann momentan noch nicht nach Berlin ziehen, so. Weil ich liebe die Stadt Hamburg auch. Und ja, es hat sich leider auch private Sachen, also deswegen habe ich in letzter Zeit sehr, sehr wenig Videos gezeigt, weil ich privat so ging es mir nicht gut. Deswegen habe ich sehr viel komplette Videos aus Stücken gezeigt, die ich zeigen konnte. Habt ihr ja gemerkt, so aus kompletten Stücken mal komplette Songs, aber das wolltet ihr ja sowieso mal gerne, dass ich komplette Songs, falls ihr das verpasst habt, weil ich glaube, es haben sehr viele verpasst. Die Klicksalen zeigen das zumindest. Dann guckt euch mal die letzten Videos an, da könnt ihr mal komplette Songs sehen. Nur ich hatte halt, wie gesagt, aus persönlichen Gründen wenig Zeit dafür und hab deswegen diese Dinger hochgeladen. Ja, so. Und das ist übrigens ohne Jump Cuts hier. Dann kommen auch manchmal so Gesprächspausen so. Das ist eine Gesprächspause. Ja, ich hoffe einfach auf Nachsicht von euch. Und wie gesagt, ich wiederhole mich gerne nochmal. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr sagt, dass es mir egal ist, oder ist euch sogar lieber so auf diesem Wege, wenn ich mal mit euch kommuniziere oder die News sage, wo ich zu sehen bin und so. Es gibt da zum Beispiel ein besagtes Einhorn-Video von mir, was, ja, in der Company werde ich da sehr aufgezogen. Für eine Hotelkette habe ich ein Einhorn gespielt zum Beispiel. Das kann ich euch schon mal verraten. Und, ähm, also es können sehr viele Leute schon mitsprechen, ja. Dieses Einhorn, ich glaube, ich werde mir das in 30 Jahren noch anhören können, dass ich dieses Einhorn gespielt habe. Ja, soll ich es mal verlinken? Soll ich es verlinken? Verlinke ich es hier unten? Ja, ich verlinke es mal. Ich werde zwar nochmal ankündigen, wo ich überall zu sehen bin und wo ich mitspiele. Ähm, ja, unten in der Videobeschreibung seht ihr mal das Link. Könnt ihr ja mal davon sagen. Ja, äh, ich habe ein rosa Einhorn gespielt und habe für die Hotelkette Kindern erklärt, wie man ein Bett bezieht als Einhorn. Ja. So, ist egal. Habe ich jetzt eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte? Ich glaube, ja. Also, ihr seht, ähm, es ist viel passiert bei mir. Und, äh, ich freue mich auf eure Reaktion zum, äh, Staffelfinale vom Dr. Tessa. Ich werde auf jeden Fall jeden Kommentar lesen. Übrigens, achso, das wollte ich auch noch sagen. Ich lese übrigens, wenn ihr mir auf Instagram schreibt, wirklich jede Nachricht. Ich antworte nur nicht immer drauf, ne. Äh, äh, weil es oft, also das, das wird mir zu viel am Tag, wenn ich auf jedes antworte. Aber, ich habe jetzt noch nicht so viel Abonnenten oder so viel, äh, Andrang, dass ich, ähm, das nicht lesen kann alles. Also, ich kann das schon noch alles lesen. Ähm, nur habt bitte ein Nachsehen, dass ich nicht alles beantworte. Aber lesen tue ich, okay? Okay, so, dann, äh, freue ich mich auf eine schöne gemeinsame weitere Zeit hier. Schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins Neujahr 2018. Und im Jahr 2018 werden wir ganz viel zusammen hier auf diesem Kanal erleben, okay? So viel verspreche ich euch. Ich werde bei dem, äh, musical wahrscheinlich nicht vloggen dürfen, weil selbst die Kostüme Rechte haben. Es ist, äh, eine sehr, sehr bekannte Produktion. Okay, genug geredet. Ähm, ihr könnt mir Fragen auch hier unten noch stellen, falls ich irgendwas vergessen habe oder so, schreibe ich es auch in die Kommentare. Ich antworte auf jeden Fall hier in dem Video auf Kommentare. Ne, das mache ich. Auf jeden Fall. Bis dann und, äh, abonniert mich auf Instagram gerne auch. Bis dann, macht's gut. Rock'n'Roll. Ja, das war mal ein One-Cut. Ich hoffe, es war euch nicht zu langweilig.